Willkommen zurück hier zu Maniac Mansion vor der Tür zum Labor und oh mein Gott, so knapp, so knapp dran. Wisst ihr was? Ach, ich kann gar nicht mit allen rein, gell? Mist, ich kann nur mit zweien rein. Und einer muss hier ja drücken. Ich möchte gerne mit allen runter, wenn das irgendwie geht. Die Pläne waren nicht da drin, oder? Nee, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo die Pläne sind. Also die Pläne muss ich auf jeden Fall noch finden. Die Pläne von Ed, ne? Ed war es, genau. Oh mein Gott, das war ja letzte Folge hier Highscore und ein Versuch und wow. Ich hätte es ja nicht gedacht, dass es funktionieren. Es war so eine Verzweiflungstat, um ehrlich zu sein. Aber gut, hey. Einfach mal alles ausprobieren. Irgendwas wird schon funktionieren. Und hey, es sind ja nur tausend Kombinationen. Kann man doch durchprobieren, oder? Ist doch fast nichts. So, ich werde hier gerade nochmal eben speichern, damit ich nicht wieder hierherlaufen muss mit Bernard. Gehe ich mal mit ihm noch rein. Uah, das Nida-Tentakel. Danke übrigens Zweckesel für den Hinweis, es ist Nida, nicht Pink. Äh, okay. Moment, 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 Moment. Ähm. Die Schlüssel gibst du mal ab. Weil vor allem der hier ist wichtig, um hier wieder rauszukommen. So, falls du jetzt irgendwie umgebracht wirst oder so. Was machst du denn hier? Ich hab dich erwischt, wie du durchs Haus geschlichen bist. Dr. Fred, bezahlt mich nicht für nichts. Äh, ich möchte gerne mit dir reden. Ich habe nichts zu sagen. Dann drücke es weg. Ha. Zieh es hin und öffne es. Ja, dann ist es tot. Äh, nimm es mit. Verdammt. Nimm es mit, nimm es mit. Ah, verdammt. Dann benutze... ...in das Gefängnis mit dir, Intruder, äh... ...Einbrecher. Ich hoffe, du vergammelst. Ähm. Du weißt aber schon, ne? Ups. Uah. Hoffentlich geht das jetzt wieder auf. Ja, 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 geht. 5, 8, 5, 8. Ja, gut. Dann ist die Frage... ...ich kann in der Zwischenzeit auch nicht zu Bernah wechseln. Tja, dann ist die Frage... ...wie kann ich es bestechen? Ah, da ist ein kleiner Schalter. Vielleicht kann ich damit das Licht ausschalten. Gut. Aber nur, da ich weiß, dass nichts Schlimmes passiert... ...kan ich ja auch mit Bernah hier rein. Uah, was ist das jetzt? Was machst du denn hier? Äh, okay. Dann möchtest du vielleicht diese Batterien... Nein, danke. Möchtest du vielleicht... ...eine Kettensäge? Möchtest du vielleicht... ...ah, etwas Werkzeug? Nein. Du möchtest... Verdammt. Ja, gut. Vielleicht die Code-Karte, die hat sich das versucht, weil sie so schön farblich passt. Äh, ansonsten... ...so, du möchtest doch bestimmt die Karte, oder? Nein! Möchtest du den Schlüssel? Ich habe ja schon aufgeschlossen. Äh, den anderen Schlüssel... Ich... Nee. Das war gefährlich. Wenn es geklappt hätte, hätte ich jetzt ein Problem. Dann vielleicht das Radio. Nein. Äh... Die Briefmarke bleibt noch. Die Briefmarke bleibt. Das Einzige ist noch übrig. Alles andere habe ich ausprobiert. Ähm... Ich versuche mal hier ein bisschen weiter zu gehen. Schade. Aber... Die Briefmarke. Nein, danke. Okay. Ah, ich habe eine Idee. Ich könnte den Strom ausschalten, bevor einer hier reingeht. Aha. Das könnte funktionieren. Probiere ich gleich mal aus. Ab in den Dungeon mit dir. Und diesmal mache ich sicher, dass du nicht rauskommst. Ja, ja. So wie die letzten tausend Male. Ähm... Okay. Werner? Gib den Schlüssel an Jeff. Damit er hier raus kann. Und dann nehmen wir Jeff. Und... Gehen hier raus. Und... So. F2. F3. Jeff. Strom aus. Zack. Hä? Was macht denn dieser Schalter? Ich habe keine Ahnung, was dieser Schalter macht. Der macht irgendwas komisches. Komm schon, sperr mich ein. Ich will den Strom wieder aus... Äh... Anstellen. Hm. Hä? Wo kommt der denn her? Dr. Fred? War der die ganze Zeit schon da? Nichts dumm? Und ich kann irgendwie... Mein Mauszeiger ist weg und... Och, nö. Das Spiel hängt mal wieder. Ah! Was... Was tue ich hier? Okay. Nein, ich möchte nicht quitten. Ich möchte... Nein. Nein. Eins höher. Genau. Ähm... Ich fürchte... Ich muss hier mal eben... Nein. Nichts speichern. Ah! Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich muss hier mal eben schneiden. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Ich habe hier nicht wirklich groß was gemacht. Ich... Äh... Ich habe eigentlich nur geladen. Ehrlich. Um ehrlich zu sein. Ähm... Also ich habe die ganzen Sachen jetzt nicht wieder nachgestellt. Weil das hat eh alles nichts gebracht. Ähm... Aber ich würde gerne diesen Switch ein paar mal drücken. Weil dann irgendwann Dr. Fred kam. Ah! Okay. Das scheint mir... Ein Zyklus zu sein. Oder? Hat es hier nicht so angefangen wie diesen Farben? Ich dachte eigentlich. Aber ich probiere das Ganze nochmal. Viel mehr kann ich ja hier wohl nicht machen, so wie es aussieht. Ich bin in den Dungeon mit mir. Ja. Ist gleich die Lele Tentakel, ne? Ich komme gleich wieder rein. Und drücke den Schalter. Hier. Ah! So hat es angefangen. Richtig. Und hier kam Dr. Fred. Wenn ich mich recht erinnere. Aber... Das ist irgendwie alles nichts. Nichts zum... Nichts zum Benutzen. Zum Bedienen. Das Einzige, was es gibt, ist das Tentakel und den Schalter. Okay. Dann frage ich mich, warum Dr. Fred gerade... Ja gut. Dann gibt es eigentlich nur noch einen Code, warum Dr. Fred aufgetaucht sein könnte. Nämlich... Weil der Strom aus war. Ist die einzige sinnvolle Erklärung, ne? Das war das Einzige, was ich noch gemacht habe. Leider kann ich nicht zurückgehen. So, Tentakel. Sperre mich ein. Ich frage mich, wann Dr. Fred hier auftaucht. Ja, komm. Ah, jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Okay. Oh mein Gott. Och nö. Nicht schon wieder. Okay. Ähm, nein. Eins tiefer. Genau. Und dann... Ah! Hervorragend. Alles... Nein. Das ist zu hoch. Äh... Acht. Sehr gut. Ha! Und ich habe wieder geladen. Okay, dann weiß ich jetzt, woran es liegt. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Und zwar erscheint Dr. Fred hier im Labor eine Weile, nachdem der Strom ausging. Und wenn das passiert, während ich im Tag in der Zwischensequenz bin, wenn dann die andere Zwischensequenz mit Dr. Fred startet, dann weiß ich das irgendwie. Und deswegen warte ich jetzt, bis Dr. Fred auftaucht. Oh, großartig. Jemand hat die Energie... äh, äh, die... Ja, den Strom ausgeschaltet. Wir haben schon wieder eine Kernschmelze. Aber wie kann ich die Welt übernehmen, wenn ich... Auf einem Betrieb bin. Ja, genau. Immer dieses Scheiß, billige... Immer diese blöde, billige Ausrüstung. Mann, der Video wird ziemlich angepisst sein. Tentakel! Vorne und Mitte, äh, Front and Center. Ja, Fred. Los, check den Reaktor. Ja, Sir. Ah! Jetzt kann ich da rein... Hä? Was machst du denn hier? Was? Das ist doch auf dem Weg zum... Das Tentakel ist auf dem Weg zum... 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 Hä? Das ist doch auf dem Weg zum Reaktor. Warum ist das hier? Das ist doch... Ach, das ist doch doof. Warum funktioniert das nicht? Das ist doof. Das sollte funktionieren. Äh... Oh! Was? Jetzt ist es hier. Aha. Dr. Freds... Äh... Passt nicht gut genug auf. Hä? Jetzt ist es erst hierher? Okay. Das verstehe ich nicht. Hä? Und wie kam das eigentlich außenrum? Gibt es da einen Weg außenrum? Diesmal werdet ihr nicht entkommen. Äh... Okay. Ja, das war dumm. Ich klicke da immer rechts drauf. Okay. Machen wir jetzt mal folgendes. Zack. So. Dann warten wir jetzt ab, bis die Zwischensequenz kommt. Und dann sollte nämlich... Wenn ich danach nochmal kurz warte, bis der Tag hier auftaucht. Warum erscheint Dr. Fred hier? Das ist dämlich. Och. Nö. Das Spiel ist so buggy. Ah. Und ich kann schon wieder nichts machen. Nein. Ich möchte nicht... Nein. Nein. Eins tiefer. Genau. Ach Gott. Hervorragend. Blind klicken. Oh mein Gott. Okay. Jeff hat den... Jeff hat den Schlüssel. So. Jetzt das Ganze nochmal. Ein letztes Mal. Denn jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert. Also. Strom aus. Burner. Bereit stehen. Und bei Jeff warten, bis das Tentakel kommt. Bzw. jetzt kommt erstmal die Zwischensequenz. mit Dr. Fred. Die klicke ich einfach durch, damit es schneller geht. Ne. Kennen wir ja jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon auswendig. Na los. Genau. Die meinte ich. Zack, 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 zack. Auf, schneller. Mann, Mann, Mann. Ist der langsam, ne? Für so einen intelligenten Wissenschaftler ist der ganz schön lahm. Ach ja. Er ist halt ein böser Wissenschaftler. Wenn er intelligent wäre, wäre er gut. Oder zumindest nicht so großhaft. So. Das Tentakel ist unterwegs. Ich warte hier mit Jeff auf das Tentakel. Und lass mich möglichst... Ne? Tentakel? Kommst du her? Jetzt. So, jetzt müsste ich zurück wechseln können. Ich möchte bitte zu Bernat zurück wechseln. Oh, komm schon. Jetzt zurück zu Bernat? Ach, komm schon. Warum geht das nicht? Möchte... Ne, ne, ne. Lieber nicht. Warum geht das nicht, in dem Moment, wo das hier auftaucht? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Warum ist das an beiden Stellen gleichzeitig? Das ist dumm. Das ist nämlich auch wieder da. Oh, das ist doch... Ah, das gibt's doch nicht. Das ist doch doof. Riesen-Control-Panel. Das ist doof. Das macht keinen Spaß. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt mir in den Kommentar. Vielleicht muss ich auch irgendwas anderes machen. Ich habe was übersehen oder so. Keine Ahnung. Kann ja sein. Wahrscheinlich habe ich das. Ich bin nicht allzu aufmerksam. Ah, der Strom ist jetzt auch wieder an. Sehr gut. Dann muss ich mir auch keine Sorgen um den Reaktor machen. Okay, was macht Dave eigentlich? Der steht hier einfach nur rum. Achso, ja. Vielleicht möchte das lila Tentacle ja das Tentacle ciao. Das könnte sein. Zum Beispiel, ne? Also Dave hat ja auch noch einige Sachen. Ich mache es mal anders. So geht es einfacher. Ich gebe mal die beiden Schlüssel einfach an Dave. Und... Dann halte ich hier mit Jeff auf. Dann kann Dave runtergehen. Und Jeff verstecke ich mal... Hier so ein Stück abseits, weil... Keiner muss sie ja wieder rauslassen. Früher oder später. Wobei Dave ja einen Schlüssel hat, ne? Aber Dave... Und Jeff kann nicht alleine runter. Keine Ahnung. Okay. Gut. Ich habe hier neue Dinge. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich würde es mal mit dem Tentacle ciao probieren. Bei... Bei dem Tentacle. Ob ich es damit vielleicht beruhigen kann. Oder mit dem... Mit dem Fruchtdrinks. Oder mit dem Dosenfutter. Oder... Ah. Vielleicht ein bisschen Wasser. Wasser. Hm. Das wäre eine Idee. Vielleicht will ich ja was trinken. Ich könnte das Glas wieder mit Wasser füllen. Aber das mache ich nächstes Mal. Jetzt bin ich erstmal gespannt auf eure Kommentare. Und was ihr dazu meint. Und dann sehen wir uns wieder. Dave dreh dich um. Beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Ciao. Ciao.